In den letzten Tagen beherrschte eine Frage die Diskussionen rund um Borussia Mönchengladbach, was wird aus Flo Neuhaus. Der Spieler war zweifellos der Held des Unentschiedens gegen Werder Bremen, aber sein Verhalten während des Elfmeterschießens war kontrovers und ließ Zweifel an seiner Zukunft im Verein aufkommen. Die Bedeutung von Neuhaus für das Team ist unbestreitbar. Sein rettendes Tor im Spiel gegen Werder Bremen war entscheidend für Gladbachs Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Doch sein Verhalten während des Elfmeterschießens hat Trainer Gerardo Seuane unzufrieden gemacht und unter den Fans für Diskussionen gesorgt. In den sozialen Medien wimmelt es von Spekulationen über Neuhaus' Schicksal. Im Januar gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang des Spielers, doch am Ende entschied er sich, im Verein zu bleiben. Jetzt, da der Sommer näher rückt, entstehen neue Unsicherheiten über seine Zukunft. Eine mögliche Lösung könnte ein Leihgeschäft mit Kaufoption sein. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich, da Neuhaus für Borussia von großer Bedeutung ist und der Verein erhebliche Mittel für Verstärkungen aufbringen muss. Eine weitere Frage ist, ob Gladbach bereit wäre, Neuhaus für eine beträchtliche Summe zu verkaufen. Obwohl der Spieler zweifellos einer der wertvollsten Assets des Teams ist, hat seine unregelmäßige Saison Zweifel an seinem Marktwert aufkommen lassen. Für die Verantwortlichen von Borussia geht es vor allem darum, den Verbleib in der Liga zu sichern. Doch sobald die Sicherheit gewährleistet ist, müssen sich der Verein und Neuhaus mit seiner Zukunft auseinandersetzen und eine Entscheidung über seinen Verbleib treffen. Nun ist es an der Zeit, die Meinung der Fans zu hören. Was sollte Borussia ihrer Meinung nach mit Neuhaus tun? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und Erwartungen. Als Ergänzung zu diesen Diskussionen könnten Hintergrundinformationen über Neuhaus, vergangene Leistungen und seine Beziehung zum Verein hilfreich sein. Außerdem könnten Expertenanalysen über seine Stärken und Schwächen als Spieler und wie sie sich auf die Entscheidungen des Vereins auswirken könnten, interessant sein.